angelika will action sehen im letzten video habe ich wirklich voll verredet ich habe die ganze zeit davon geredet eichelbrot zu machen und habe es dann nicht gemacht so also eicheln sind fertig fünfmal mit kochendem wasser aufgegossen wir sehen die auch richtig schön braun hellbraun aus und nicht so grau sind richtig schön fest aber kosten alle bitterstoffe raus alle bitterstoffe raus sind richtig schön fest wir brauchten streiken mixer ja ich habe vorher zwei kleine mixer geäxt da hat der motor nicht ausgehalten der hier geht halbwegs und macht dann immer in der wahlmode ich habe einen steig schüttelt ich habe einen steig ok das sind schon mal so schlecht sieht hier so ein bisschen was das geht dann natürlich noch feiner bis hin zu muss je nachdem welche grübigkeit ihr da haben möchtet und jetzt wird es einfach zusammen mit ich nehme da normale brotbackmischung ich bin momentan bei dem hier ich habe es schon in den comments gelesen trockenhefe ist nicht so gut normale hefe ist besser ist habt ihr auch schon anleitung gesehen da geht es ganz ohne hefe also da gibt es echt schon die tollsten anleitungen dafür dass es jetzt wirklich naja die faule version sagen wir es mal so also ich nehme immer ungefähr so viel so viel mehl wie ich eigentlich habe das ist jetzt mal eine verletzte packung hier noch ein bisschen gut so und dann kommt lauwarmes wasser drauf jetzt haben wir hier ein bisschen sauber ja sauber genug ok und dann muss man halt mal gucken wie viel wasser man braucht so kleben würde aber gut wenn es meine uhr sehen würde dass ich auf ihrem guten teppich brot back schon was daneben gegangen ist ja das ist ja jetzt nur mal für euch ja ok das ist eine sache hier aber hier unten brauche ich mal noch ein bisschen so wie es aussieht ja ich glaube das reicht ein wasser das sieht gut aus schon fast bisschen zu viel könnte ich ja dann auch noch ein bisschen mehr ran zu ja ich glaube da habe ich ein bisschen zu viel jetzt dran ja eigentlich würde es so ein teig sein ja eigentlich kann man am rand zu rum klebt ich glaube das kann ich doch so lassen ein kleines bisschen ein kleines bisschen dann ist aber gut hier ok die bäckermeister werden mich jetzt bestimmt voll auslachen aber naja aber anfangen ist schwer haben sie immer gesagt ne so gut jetzt haben wir hier eine schöne pampe die so halbwegs mono wie heißt das also dass das alles schön ineinander gemixt ist homogen so nicht monogen homogen so und dann wird das hinterwaschen ist vielleicht wieder so eine sache wie ja gut ok sonst müsste es doch gehen gut so und dann halt irgendwie gehabt irgendwo hinstellen wo es warm ist ich habe jetzt hier meine warmheide marmorplatte da kommt es jetzt drauf ich glaube am anfang eine dreiviertel stunde ziehen lassen ja eine dreiviertel stunde mit so einem küchentuch überdeckt ziehen lassen man könnte auch auf die heizung stellen oder auf den ofen lauwarm soll es halt sein und dann gucken wir mal wie es nach einer dreiviertel stunde aussieht mal gucken das sieht schon wieder so aus als ob ja er ist aufgegangen er ist aufgegangen für mich reicht das halbwegs ja und dann wird das einfach nochmal geknetet ne nochmal ein bisschen durchgeknetet und dann wird es hier in diese Brotbackform eingehen eigentlich nur gegeben also das kriege ich jetzt glaube ich mit einer hand nicht so richtig hin es sei denn es ist schon ganz schön meditativ es klappt so viel hängt da gar nicht mehr drin sehr schön sehr schön so dürfte ein kleines Brötchen werden so mal zum kosten und das wird jetzt nochmal eine halbe stunde warm gestellt und dann geht es ab in den Brotbackautomat so haben wir den nochmal ein bisschen ziehen lassen ist schon ein bisschen hoch gegangen ne und jetzt kommt es einfach in den Brotbackautomat so nicht zu sehr schütteln nicht dass es wieder zusammenfällt hm ok zumachen einschalten und dann hier auf 80 minuten gut ok so jetzt müsste das dann so langsam hier drin warm werden ich kann es dann immer so ein bisschen sehen weil die Heizstäbe dann immer so rot glühen mal gucken ob das hier auch so funktioniert mal gucken ob ihr die Hitze sehen könnt und nach wie vor begeistert bin ich von dieser schönen mechanischen Uhr dass sowas heutzutage noch hergestellt wird ich finde es klasse ich habe es gerade noch drauf bekommen hier drüben seht ihr es ein bisschen rot jetzt hat gerade wo ich die Kamera eingeschalten habe der Temperaturschalter abgeschalten der schaltet natürlich bei 140 grad Celsius ab und bei 90 grad Celsius wieder ein nicht bei Volt wie ich im letzten Video andauernd gesagt habe gut ok also nach 10 minuten aufheizen hat er das erste mal abgeschalten sozusagen ok dann dauert es jetzt vielleicht wieder 2-3 minuten dann wird er wieder einschalten gut das war es 80 minuten vorbei ein bisschen weg gehen ich lasse die Linse beschlägt vor lauter Feuchtigkeit mhm das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus waah heiß ok schnell 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 heiß 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 ja dann hauen wir es mal auf den Teller drauf hier Brotteller mulimm mhm 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 Jetzt läuft es. Klappe die erste. Leider hört man es knacken nicht. Schön, danke. Das fetzt. Ah, ist richtig durch geworden. Schön. Freut mir.